Herzlich willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits die beiden zentralen Fragen bei Auswahlproblemen kennen. Und zwar ist die Reihenfolge wichtig und ist Mehrfachauswahl erlaubt? Die Ziele für dieses Video sind, dass wir gemeinsam den Fall Reihenfolge unwichtig Mehrfachauswahl erlaubt kennenlernen, also Kombination mit Mehrfachauswahl und eine Formel für diesen Fall aufstellen. Wir hatten bisher keine Situation, in der die Reihenfolge unwichtig war und Mehrfachauswahl erlaubt war. Wir haben diese Sachen auch bewusst weggelassen bis jetzt, zum Beispiel auch bei der Aufgabe mit den Bällen und den Boxen. Und genau dort möchte ich jetzt mit dir weitermachen. Und zwar, vor uns stehen jetzt wieder n Boxen, die von 1 bis n durchnummeriert sind. Und jetzt stellen wir uns die Frage, wie viele Möglichkeiten gibt es, k gleich 5 nicht unterscheidbare Bälle auf n gleich 3 Boxen zu verteilen. Im Moment haben wir noch kein passendes Werkzeug, um diese Frage sofort und schnell geschickt beantworten zu können. Stattdessen lösen wir jetzt zunächst ein scheinbar anderes Abzählproblem. Und zwar, wir fügen jetzt den k gleich 5 Bällen noch n-1, also 2 gleiche Bälle hinzu. Danach legen wir die jetzt in Summe k plus n-1, also 7 Bälle in eine Reihe, sowie hier rechts. Aus dieser Reihe wählen wir wieder n-1, also 2 Bälle aus, zum Beispiel die Bälle auf den Positionen 3 und 5. Und jetzt stellen wir uns die Frage, wie viele Möglichkeiten gibt es, um aus 7 unterscheidbaren Positionen eine Menge von 2 Positionen auszuwählen. Nimm dir kurz Zeit, beantworte die Frage, wie viele Möglichkeiten gibt es dafür, pausiere kurz das Video, wir sprechen dann über das Ergebnis. Also gut, wir wissen bereits, die Anzahl der Möglichkeiten, um aus n unterscheidbaren Objekten eine Menge von k Objekten auszuwählen, ist n über k. Und ob man es jetzt mit Objekten zu tun hat, oder mit Positionen, spielt unterm Strich keine Rolle. Das bedeutet, die Anzahl der Möglichkeiten, um aus 7 unterscheidbaren Positionen eine Menge von 2 Positionen auszuwählen, ist ganz einfach 7 über 2, also 21. So weit, so gut. Jetzt stellt sich nur die Frage, was genau hat uns das jetzt eigentlich gebracht. Tatsächlich sogar ziemlich viel, denn es stellt sich heraus, wir haben damit das ursprüngliche Abzählproblem schlau gelöst, denn die 2 ausgewählten Bälle können wir ganz einfach als Trennzeichen zwischen den 3 Boxen betrachten. Schauen wir uns dazu ein bisschen was an. Wählen wir z.B. die Bälle auf den Positionen 3 und 5, dann entspricht das genau der Verteilung 2, 1, 2 auf die 3 Boxen. Hier links sehen wir das Ganze dargestellt, also Positionen 3 und 5. Wählen wir aus, färben wir hier jetzt schwarz, damit es hier als Trennzeichen erkennen. Und dann stellen wir fest, na gut, das bedeutet, es liegen noch 2 Bälle davor, einer dazwischen und 2 dahinter. Und das entspricht ja dann genau einer Aufteilung auf die Boxen, weil wir können jetzt einfach sagen, ok, die 2 davor kommen in die erste Box, der eine dazwischen in die zweite und die 2 dahinter in die dritte. Oder wollen wir z.B. die Verteilung 3, 0, 2 auf die 3 Boxen, dann wählen wir die Bälle auf den Positionen 4 und 5, weil dann liegt keiner zwischen den Trennzeichen, das bedeutet, die mittlere Box bleibt leer. Es liegen 3 davor, das bedeutet, 3 kommen in die erste Box und 2 danach, 2 kommen in die dritte Box. Also genau diese Verteilung hier. Das bedeutet, jeder Verteilung von k gleich 5 nicht unterscheidbaren Bällen auf n gleich 3 unterscheidbare Boxen entspricht umkehrbar eindeutig einer Menge von n-1, also 2 Positionen aus k plus n-1, also hier 7 unterscheidbaren Positionen. Oder in anderen Worten, jedem solchen Muster entspricht genau eine Aufteilung auf die drei Boxen und umgekehrt. So eine 1 zu 1 Zuordnung nennen wir in der Mathematik auch Bjektion, daher der Name für dieses Video. Und in so einer Situation ist dann auch klar, es gibt in beiden Fällen gleich viele Möglichkeiten, nämlich wie viele gibt die Anzahl der Möglichkeiten an und stelle dann auch noch eine allgemeine Formel auf. Ich nehme dafür noch einmal kurz Zeit, pausiere kurz das Video, dann sprechen wir noch kurz darüber. Na gut, wir wissen ja jetzt, dass jeder Verteilung der fünf nicht unterscheidbaren Bälle auf die drei unterscheidbaren Boxen genau so ein Muster entspricht. Und jetzt wissen wir auch schon, wie viele solche Muster möglich sind. Und zwar haben wir das vorhin schon berechnet, das waren 7 über 2, also 21. Also mit Muster meine ich jetzt die Anzahl der Möglichkeiten, die zwei auszuwählen, die wir dann als Trennzeichen verwenden. Für die allgemeine Formel können wir jetzt das hier verwenden, dass wir das hier jetzt auch jedes Mal schon noch mit aufgeschrieben haben in k und n und dann aus diesem Binomialkoeffizienten hier den allgemeinen Fall basteln. Der dann lauten muss, k plus n minus 1 über n minus 1. Und dieser Binomialkoeffizient hier ist jetzt die allgemeine Formel für so eine Kombination mit Mehrfachauswahl. Formel für so eine Kombination mit Mehrfachauswahl. Formel für so eine Kombination mit Mehrfachauswahl. agenie